Jetzt kann ich mich immer noch einschlagen. Jawohl, komm! Geh, 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 geh! Boah! Nochmal! Tu es! Ja, ja, ja! Aufräumt! Scheiße, komm! Schiff, den jetzt schon reingekriegen. Alika, wirst du noch logisch zu schreiben? Ja, das ist wichtig. Absatz! Oh! Nein! Doch, ja, ja! Oh! Oh! Nochmal! Oh! 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 Ich gucke jetzt mal hin. Oh, das ist nicht. Hier, die Reifestellen drehen sich runter. Ja, ja. Oh! Oh! Ja! Ja! Jawohl! Oh! Ja! Oh! Das gibt's doch nicht! Das kann doch nicht sein, ey! Oh! Oh! Das war! Oh! 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 Ja! 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 Jawoll! Das war's! Oh, dann Abschiss! So, Kappel, du musst mich schenken, aber... Höflichst... ...kann ich die Karte oben? Ja, dann auch schon... ...wenn ich mich ruhig zu kriegen. Oh! Oh! Jawoll! Jawoll, Annika! Jawoll! Gut! Sie sind so gut! Oh! Gesundheit! Soll ich es keine Möglichkeit haben? Ja. Wir müssen immer höflich sein, um das jemand vor zu zeigen. Aber ganz schnell hier! Komm! Das ist ganz schön. Das ganze sind die Vorlage, aber diese Schellen mit euch halt direkt. Und jetzt, ja! Oh! Mach einen Weg! Oh, hätte er klappen können. Die ist vorbei! Gibt es eigentlich noch die Aufsteller, die dann nicht so wie Junk jetzt waren? Die sind ein, wo man ein Bett eingeworfen kann? Ja! Ja! Dann hätte ich den Beherz genommen da eingeworfen. Tja! Peace! Ja! So gut! 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 Untertitelung des ZDF, 2020